Halli Hallö Hallöchen liebe Leute, wir sind hier bei einer weiteren Folge Ich hoffe, es hat wieder geladen Erstmal haben wir unsere Smell-Terry gemacht Ich hoffe, dass der Sound nicht zu laut ist Sub 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 Wollen wir am meisten Kohle 1, 2, 1, 2 Hm Hier machen wir mal auf Auf jeden Fall zu Stick, hier ist nicht mehr mit Und eine Werkbank Jetzt holen wir uns mal eine Höhle in der Nähe Dann ja Ab mal nach unten in die Erdgründe und schauen, dass wir Lava finden Hinten wäre ein bisschen Lava Besser auch Lava Besser auch Lava Besser auch Lava Bisschen was abfahren, dass wir wieder was zum Essen haben Bei Gelegenheit Wer ist Baby? Passt auf Ich habe keine Ahnung was das ist Ich glaube schon da lang, oder? Da lang? Ja, da lang Ach ja, die Musik kommt mir irgendwie so laut vor Das habe ich jetzt gedrückt Ich habe den Pause Knopf getroffen Wow Ja, ich habe auf meiner Tastatur einen Pause Knopf, muss ich gestehen Ich habe jetzt geschafft Knopf zu treffen Ich habe jetzt geschafft Knopf zu treffen Oh An sich gar nicht mehr so scheiße ist Aua, 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 Aua Volle Kanne daneben gesprungen Ich werde sterben Ach ja, ich merke schon Wir haben volle Kanne mit den Sterben in diesem Game hier Das ist irgendwie traurig Das meinste ist heute ein bisschen was zu farmen Und die Schmelzen mal anzuschmeißen Zum allerersten Mal Und dann vielleicht die Tables zu bauen Alle Also Die Zingers Konstrukt Tables Damit wir auch mal hier ein bisschen was machen können Und Wert zeugen Du meinst sie ist es ja den Hammer zu machen So schnell wie möglich Woraus ich mache weiß ich noch nicht so ganz Stimmt habe ich auch noch nichts Das habe ich ja ganz vergessen Ist das eine Hexical Blume Ja da ist eine Habe ich doch auf die Distanz richtig gesehen Ich kann langsam mal schauen dass wir vorwärts kommen auch Und dann mal was schönes bauen Und dann mal was schönes bauen Jetzt lasst uns erstmal ein bisschen farmen gehen Bin ich dafür Und zwar mit einer D-O-Pack Aber Ja Komm Wenn 20 Tiere schon Und ja wie gesagt ich will das Modpack anders angehen Wie unser anderes weil es hier auch andere Mods gibt Aber ich habe es immer noch nicht geschafft irgendwie Das muss ich demnächst dann unbedingt mal machen Ich muss dran denken mal die Configs mal ein bisschen zu holen Ich weiß ich habe das einmal schon gemacht Aber Configs überschrieben und Co Bevor wir hier großartig die Gegend weiter erkunden Also ein paar mit Mods reinschieben Kohle Ganz ganz wichtig Haben wir so gut wie gar keine Weil ich alles verkauft habe Ja wer schätzt denn auch Kohle so als wichtig ein Ups das war nur ein Steinchen Irgendwann denke ich mal kann man locker Kohle verkaufen Aber zum jetzigen Zeitpunkt Schaut das eher schlecht aus Aber das schöne ist wir finden unser Eisen Was sehr sehr gut ist Weil wir ja insgesamt 8 Wir brauchen auf jeden Fall Eisenblöcke kann ich sagen Wie viele sitzen Wie viele sitzen denn? Keine Ahnung Ah Pest zum Verzaubern Haben wir doch auch gerne mit Sakasa ist super Verpfeil machen Müssen wir mal schauen was wir an brauchen Interessant Müssen wir mal schauen was wir an brauchen Oh Charger Zucker Ich habe mir nicht mehr viel normales aber okay Ich habe mir nicht mehr viel normales aber okay Ich bin echt schreckhaft zur Zeit Das ist abnormal in Games Wie schreckhaft ich in Games bin das ist einfach Ah Das ist nervig wie sonst was Ach Aluminium Ich frage wir uns hoffentlich auch nicht die Welt kosten aber hier Ach ja Leute Ein bisschen Gold nehmen wir mit Tin Passt Lutz haben wir noch 9, 8, 7 Passt Kupfer Und hier wird es dann eher so auslaufen dass wir IC2 machen werden Vor allem wegen den Also wir werden IC2 anpacken Wahrscheinlich als erstes Technikpack Ob wir jetzt sagen Wir probieren erst mal ein bisschen Lungeons zu klären Oder erst IC2 Weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz Wie ich da jetzt hier rein für gesetzt Ich weiß wir sind jetzt hier einfach am Farmen Seit bald noch 10 Minuten und dann ja Mal schauen Ich muss heute noch ein paar Sachen erledigen leider Es ist gerade auch mal 11 Uhr 10 erst Aber ich komme sonst auch nicht zum Aufnehmen Ich möchte jetzt erst mal noch arbeiten bin Und danach ja wegfalls meine Freundin Und dann komme ich auch wieder Montag nach Hause Ist ja wie ja Das ist ja immer so die Sache Dass ich viel unterwegs bin Der Alu Ich glaube wir müssen auch mal wieder ein bisschen neue Musik mit rein spielen Dass wir ein bisschen mehr Abwechslung haben Im Dunkeln schauen jetzt habe ich echtes Farbproblem Aber ok Also Farbproblem in dem Sinne Schaut etwas anders aus von der Farbe her Als wenn dann noch eine Beleuchtung da ist Als wenn dann noch eine Beleuchtung da ist Kohle Dann wird da noch ein bisschen Eisen So Und hier noch ein Eisen Inget So 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 Zink auch noch. Langsam wird unser Inventar voll mit verschiedenen Sachen glaube ich. Gold nehme ich noch gerne mit. Gold, Kohle ist so eine Sache was man immer wieder haben muss. Aber wir brauchen mal ein paar Fackeln. Bin ich mal dafür. Können wir noch ein paar mehr machen oder? Noch ein paar. Ja jetzt hat was. Jetzt haben wir fast wieder ins Deckchen. Schaut es euch an Leute. Wir haben hier wieder Gold. Gold? Was für Gold? Diamanten meinte ich da hinten. Zum holen. Jetzt erstmal Redstone und Eisen. Ich finde das Modpack einfach cool. Vor allem die Tiers sind hier einfach gefühlt gar nichts. Sind das alle Ors eigentlich auf allen Höhen? Finde ich schon nice an sich. Gut, die haben wir auch noch nicht eingepackt. Weiß ich. Für die haben wir auch erstmal keinen Platz. Oder doch? Doch habe ich hier oben. Wir haben sogar Oran jetzt dabei. Na dann. Ich glaube Tischerbahn ist dann doch als nächste Folge angesagt. Für Tinkers. Wegen ja. Ist jetzt schon wieder bei 16 Minuten. 14 Minuten. 14 Minuten wieder. 14 Minuten wieder. Jetzt muss ich schauen. Ähm. Pff. Pff. Hm. 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 Ich hab schon wirklich Silber hinzubauen. Jetzt haben wir doch noch 7 Silber. Ein bisschen Lapis. 작업 mal hinten an. Ich hab ja nicht. schön der lud hier ist beträchtlich bisschen alu und nur zweiter genau da habe ich jetzt keine lust runter zu gehen eigentlich ich habe auch übrigens scheiß auf einen flint jetzt können wir nach hause wieder gehen haben sogar noch ein paar minütchen zeit ich sehe schon das dörfchen können wir uns aber die hier nämlich lang genug liegen lassen ich habe ab zur kirche wieder war mal ein bisschen farmen haben partiers haben ein paar bisschen lava das was ich wusste ob wir haben ein viertel voll von dem was wir auffüllen können hier dran wir haben hier ein bisschen erze ja schönes kupferchen muss ich auch noch schauen wie ich da was jetzt langsam mal sortiere silber zink dios lapis redstone redstone uran es liegen das da silber aluminium zink gold zink alu kupfer lied silber kupfer haben wir viel halt bisschen kohle haben wir hier ich habe eine hexe krisenz wir noch mal und seite sie haben wir pflänzchen wir haben ein bisschen koppeln bisschen kies wir haben wir in der mental und hier haben wir das zu jetzt noch drin und ja jetzt brauchen wir ein bisschen holz aber mal ein bisschen was wir noch haben wo sich doch noch wie es geht so einmal brauchen wir eine crafting table ein toolstation partbuilder wartet mal kurz hier haben wir doch so ein einzelnes holz passt doch perfekt bspw so ein bisschen ist wir haben den sand das ist pılder das ist das ist so die haben wir aber schon die erste Variante aber ich will trotzdem noch so eine Pattern Chest wahrscheinlich haben wir noch eine Chest? ja haben wir das und das und dann haben wir hier die Pattern Chest Part Builder wir wollen jetzt halt hier einen Inget haben ob das kein Inget? Sharp Blatt Sharping Kit Blatt nein gibt es ja nicht okay dann haben wir von den Sierpwix noch 6 das ist etwas wenig ich glaube das reicht mir nicht ganz 1,2,3,4 machen wir davon nochmal 8 Stück fix jetzt wird die Folge doch wieder länger und dann habt ihr ein Glück Leute und dann habt ihr ein Glück Leute doch soweit stimmt schon wir wollen aber einerseits wollen wir einen Hammerhead warte mal kurz ich brauche mal kurz dich da kann ich noch keinen Hammer bauen ich brauche die große Toolstation was brauchen wir für die große Toolstation Tool Forge Tool Forge das ist was wir hier bewegst Bommier 8 3 4 Eisenblöcke das heißt du kommst eben schon weg und dann kommst du hier rein dann wird hier das Eisen jetzt erstmal geschmolzen 950 Embeds habe ich ich habe doch nur 4 egal aber das heißt ich habe trotzdem zu wenig von dir hier habe ich auch nur 5 ich weiß nicht was für Pattern ich brauche ist mein Problem zur Zeit 144 Ingets 4 Blöcke Blöcke perfekt so das sind 18 Eisen was ich hier 1,2,3,4,5,6,7,8,9 hier sind 18 Eisen und ich kriege 4 Blöcke raus komm, 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 komm werd fertig jetzt erster Eisenblock so können wir jetzt dann uns auch die Eisenblöcke machen hier die ich nutze ich mir jetzt auch erstmal weil ich hier raus die beiden hier mache so 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 die so jetzt müsst ihr euch das mega geile feature anschauen schauts euch hier oben an ich sehe du bist auffällig ich brauche bobble du brauchst noch ein bisschen hammer 8 metal and you tools axt hammer platten das da will ich tief und stone und ores bonus damage großen stark brauche ich glaube ich dafür die schaufel excavator excavator und das kreuz ist meine pattern sind leer das ist eine gute frage ich tippe jetzt mal auf den torch jetzt jetzt da wir da hier noch eisen haben vor allem drin warte ich brauche gold ich brauche ein bisschen gold glaube ich erstmal hier ich habe das gefeiert jetzt sind wir schon wieder bei 30 minuten was ich eigentlich ja nicht will das gold schmutz einfach schneller als das eisen wir brauchen etwas koppel glaube ich jetzt gehen wir hier und jetzt gießen wir gold drüber machen wir jetzt mit allen teilen hier dann haben wir die teile hier hier können wir uns erstmal unsere tool forge ausnehmen die große jetzt können wir hier auch die sachen bauen jetzt leute lager plate tool binder ah scheiße blank case super was mache ich jetzt mit blank case wo reinfuss na ich hasse mich leute ich hasse mich schaut aber richtig geil aus so finde ich wir brauchen einen hammer kopf machen wir nächste folge wir haben hier die sachen für den dinks und für die dinks haben wir hier beides schon vorbereitet ich lasse mir jetzt hier noch eine doppeltruhe hin für tinkers kram da kann ich die blank da auch reinschmeißen nein kann ich nicht hier rein da kann man auch die seerbergs reinschmeißen das sind sonst noch tinker eigentlich gar nichts glaube ich oder das ist nicht tinker erst mal noch was wir haben hier unser zeug und darum kommen wir uns an die nächste folge mal lol jetzt hat sie auch noch das stein an hii das ist ja cool also ja wir haben hier die folge jetzt beendet wir enden jetzt hat besser gesagt die folge ich mache noch kurz mal gold hier wieder rein dass wir echt gut losgeworden sind die haben wir ja immer noch was drin ein block und ein paar inkelz die werde ich jetzt auch nochmal schmelzen und dann rauslassen komplett also ja bis zum nächsten mal peace leute ich hoffe ihr hattet spaß ciao ciao